Hier ist jetzt die Poolbar im Club Kalabi Magic Life hier in Ägypten, total schön. Und die ist direkt hier am Rutschenpool, denn hier ist, also hier ist auch für die Kinder schön was geboten. Dann ist hier zusätzlich eine zweite Handtuchstation, ist hier auch hier unten, dass man nicht zu dem anderen Pool mit hin muss. Und traumhaft schöne Liegen hier überall. Mehr Informationen über den Club Kalabi Magic Life bekommt ihr bei uns im Reisebüro oder unter www.fella.de.